So, dann besuchen wir mal Cinder, Ella. Oh nein, oh nein, diese Musik schon wieder. Oh nein, was ich so klein bin? 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 Oh nein, das ist ja... Ich bin Ventus, ich bin Ventus. Ich bin Ventus, ich bin Ventus, ich brauche einen Vorher, zu Jack. Vinderelle? Oh, gut, Zeit für meine Arbeit. Ich werde dich in einem Moment sehen, then. Wow, ich glaube sie hat ihre Hände voll. Werk, 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 Werk. Stepmoney, bleib die Flinderelle. All day. Sie war nicht so viel zu interessieren. Nein, nicht so Flinderelli. Sie arbeitet sehr. Sie hat einen Traum, einen Traum. Der Traum wird wieder sein. Das klingt wie jemand, den ich weiß. Being a Keyblade Master ist alles, was ich überrascht habe. Hey, vielleicht kannst du mir ihn finden. Sein Name ist Terra. Hast du ihn gesehen? Nein, nein. Ich habe nie gesehen, Terra. Oh, gut. Es war wert. Komm, folge mich. Ich muss das Haus sehen. Hey! Er hat einen Diamanten aus der Höhle geschnappt, deswegen da was schreien, weil... Ihr wisst ja, der Diamant neben den Namen, dann ist man VIP, ne? Was? Nie dieser Dickie eigentlich hier von mir. Der endpoint ist gelungen... Der Moment ist gelungen. Twenty. Ich kriege mich zu wenigstens. Der Moment nicht so großartig! Er ist wichtig, also 2. Eine Linke haben dich. Dar z charity. Er ist glücklich ein, was sie zeigen?" Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass diese Musik mich wahnsinnig macht? Ja, das würde ich ja das schon mal. Yo. Was ist das? Es ist ein Haus, ein King's Palace. Ich werde die wichtigste Person sein. Geht die Cinderella? Haha, ich weiß nicht. Hallo, ihr zwei. Sie sind schon Freunde? Oh, das ist wunderbar. Sie sind sicher glücklich, Cinderella. Ich gehe heute zur Royal Ball. Ich gehe heute Abend. Ich denke, die Räume sind wirklich wahr. Cinderella! My dress will have to wait. Cinderella! 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 All right, all right, I'm coming. Und das ist ja ganz schön. Ja, das war's. Hier ist ja nichts. aber ich mag katzen brauchen noch weiße schleife weiße spitze und weißen knopf und rosa farbenen stoff rosa farbenen faden nein irgendwas verkaufen komm brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht ich habe im letzten spiel schon keine heilung brauchen gebraucht nur vita und so vita ist wichtig nehmt eure vita wieder ich weiß ja was schlecht alter dieses lied es macht mich wahnsinnig wahnsinnig ich ja 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 Alles klar, hat dir auch viel Spaß. Kann ich mich da hoch, nö, ne? Nein. Okay. Man hat ein Delay, oh, ich hasse sowas. Und die einzige Möglichkeit, das wieder hinzukriegen, ist, glaube ich, mal kurz den Stream zu wenden oder so. Ich denke mal, der Spielsound ist dann auch versetzt, oder? Das habe ich öfters, wenn mein Internet scheiß ist. Dann kommt mein Sound gar nicht mehr hinterher. Das habe ich healer. Oh my god Okay Okay Ich muss mal gucken, was ich dagegen noch machen kann. Weil das öfters der Fall ist, dass es sich nach und nach immer wieder verschiebt. Irgendwas an den Einstellungen mal ändern oder so. Ach, da hinten war doch gerade Stoff oder so. Hier, Farben? Kriege ich was davon? Ich hatte doch vorhin noch... Ja, ich spiele mit Ketchup Card. Ja, wir haben halber Kopf. Weiße Spitze! Sag mal, bin ich blind? War doch noch irgendwo lag was Rotes rum. Ich bin blind? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nach einer Sekunde Delay, aber wie mache ich das? Nach einer Sekunde Delay, aber wie mache ich das? Nach einer Sekunde Delay, aber wie mache ich das? Nach einer Sekunde Delay, aber wie mache ich das? Nach einer Sekunde Delay, aber wie mache ich das? Da oben ist ein Loch, da komme ich nicht lang. Aber da ist auch ein Loch. War ich da schonmal? Nee, da war ich noch nicht, oder? Ja, ich stream mit Streamlabs. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Interessante ist ja... ...dass ich diesen Delay in dem Aufgenommenen gar nicht mal sehe oder bemerke. Das war's für heute. 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 Das Problem ist, ich kenn mich mit Millisekunden nicht aus. Wir haben einen weißen Knopf. Das war's für heute. 100 Millisekunden sind eine Sekunde. Und wie viel Delay habe ich? Mal grob geschätzt. Das war's für heute. Ich hab deine Null nicht gesehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.